So eine neue Tagesaufgabe ist da. Eliminiere Teile der Rorde bei Retail Row in Solo, Doos oder Teamspielmodi. Jetzt ist nur die Frage, ist das dann auch mit Dings gemeint? Mit Gruppenkeile? Ich habe keine Ahnung, aber wir probieren es jetzt einfach mal in einer stinknormalen Solo-Runde aus. Müsste eigentlich ziemlich simpel sein. Eigentlich müsst ihr ja nur wissen wo Retail Row ist und dann halt 20 Monster töten. Dürft ihr eigentlich jetzt nicht so das große Problem sein. Ich hoffe ich konnte euch schon mal mit der Info allein helfen. Ich sage ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen, Daumen nach oben. Wird mich halt unterstützen und ihr bekommt ja auch alles danke für den PSF Code, der unten langsamen Züge annimmt. Also die vierte Zahl gibt es bei 40 Abonnenten. In dem Sinne wie immer Ladebildschirmzeit, Abozeit. So, schauen wir mal. Weil ich selbst war jetzt in Retail Row genau einmal erst. Und ganz ehrlich, bei mir war da keine Horde. Und ich bin da eigentlich komplett einmal durchgelaufen. Ich habe da nicht einmal irgendeinen Zombie gesehen oder so. Also schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr bis jetzt die Woche hier mit den Wochenaufgaben, Tagesaufgaben. Also ich sehe es ja auch an den Videos, die ich hochlade. Die werden kaum gesucht. Weil die Aufgaben einfach so leicht sind, dass sie wirklich komplett selbst erklärend sind. Also das nicht irgendwie suche das oder suche das, wo man sich denkt, oh wo muss ich denn jetzt hin, was muss ich denn jetzt machen. Alles eigentlich in meinen Augen zu simpel. Auch von einer Machart her. Ist jetzt nicht irgendwie mache fünf Kills da oder so. Irgendwie ziemlich eintönig finde ich. So, hat sich das Stadion verändert? Ne, immer noch nicht. So, schauen wir mal. Weil ich denke mal durch die Tagesaufgaben wird da jetzt schon ein bisschen mehr los sein als sonst. Also wo ich einmal da war, war ein Badfelder im oberen Teil. Jetzt fliege ich mal in den unteren Teil rein, mal gucken ob da mehr los ist. Weil ich sehe gerade die Strommeste sind auch schon 100 Jahre im Spiel. Soll ich nicht, dass ich mich irgendeinem Gegner hier groß abfacken will. Ah, da sind, ah stimmt, da aus den Kristallen kommen die heraus. Ich merke schon, mein Headset ist für eine Leise. Toll. Eine Pump wäre nicht schlecht. Ah, die ersten ballern schon da unten rum. Noch ein Biggie mitnehmen. Guck mal, schauen wir mal. Ah, hier seht ja. Ist eigentlich easy. Fünf Stück haben wir schon. Sechs. Und davon müsst ihr halt 20 Stück töten. Ich guck jetzt nur mal wo der Gegner hier ist. Kurz Atomaussetzer. Jetzt haben wir schon 12. Da oben schießt noch irgendeiner rum. Jetzt kriegen wir jetzt langsam ein Munitionsproblem. 16 haben wir jetzt. Das war ein Gegner. Klar, die meisten wollen jetzt erstmal nur die Aufgabe machen. So, die Aufgabe haben wir damit. Also wie ihr seht, es ist locker, macht man eine Runde, wenn ihr eure Ruhe habt. Alter, was geht denn hier ab, ey? Ah, da ist ein Geekner. Ach, das war's. Aber wie gesagt, war ganz simpel. Wie gesagt, einfach nach Retail Row und da halt die Monster killen. Halt 20 Monster. Ich denke mal, es dürfte eigentlich kein Problem sein. Aber ihr seht ja selber. Er hat jetzt gerade 6, 7 Stück weggeholt. Also von daher denke ich mal nicht, dass das das große Ding ist. So, ich hoffe, ich konnte euch heute damit helfen. Wie gesagt, Ladebildschirmzeit, Abozeit. Also in dem Sinne, lasst mir gerne ein Abo da. Wie gesagt, ihr unterstützt mich damit. Damit kann ich euch mehr rausgeben an PSF-Code zahlen. Und wie gesagt, nach dem 10 Euro Code kommt vielleicht in 20 Euro. Mal gucken. In dem Sinne, haut rein. Geil, haut rein. Vielen Dank.